Wichy! Wichy! Ey, mach mal Foto von uns nehmen, Qui-Chi. Kata, wie herkommt. Qui-Chi? Qui-Chi! Jetzt Qui-Chi, setz uns daneben, hinsetzen, setz ein Foto an uns machen. Acht ich, dass ich mit drauf. Nein. Hinsetzen. Dann sag ich dir nicht mit drauf. Weil kein anderer ein Foto machen kann. Hallo! Ich bin mit drauf. Wach Foto, Mann! Ey, geh zurück, Kata-Chi! Nein, wir greifen jetzt an. Du musst angreifen. Hinsetzen kannst du. Ja warte. Esther, ich hab doch gemacht. Wenn der Katte piej abhauen, ja? Warte. Weißt du, wie schlimm es immer beim Biovea war, wenn wir mal nen Boss gelegt haben? Komm, wir machen ein Foto. Und dann mal 10 Leute konnten wiraus? Noch nicht, noch mämie. Ja. Mämie-mämie-mämie-mämie. Mämie-mämie-mämie-mämie. Mämie. Mämie-mämie-mämie. Ich habe nichts getroffen. Soll ich mal Agro werden? Ja, mach das doch. Ist so gut, hörmer MORE. Mach den ev jetzt hier. R 친구 bei meinem Kellnerarok�, du blöde- Gott sau. Diese olle Schnalz-Fach-Olle. Wollen wir das einführen, dass wir machen ein bisschen Roleplay, wenn wir wirklich tot sind, dann sagen wir in die Momente nichts mehr? Äh, weiß ich nicht. Äh, nein, 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 wir müssen ja petzen. Macht man dazu? Petzen. Habt man eigentlich einen Heiler dabei? Weiß ich nicht, braucht man den Heilern? Nein. Nein, ich bin halb tot. Nein, dann sucht man sich Heilung. Hier liegt ja auch, ob es so leicht welche rum ist. Hab ich ja, hab ich ja. Hast du ja, hast du ja? Oh, ich hab was getroffen. Glückwunsch. Durch mein Rumfalle habe ich was getroffen. Ja, GZ, hör mal. Na, hör mal. Ey, jetzt ist keiner. Es ist keiner da, ich hab Angst. Ich bin doch bei dir, ich beschütz dich doch. Ja, guck mal, ich schieße dem Schwein in den Po. Ist das nicht ein Elefant? Oh. Wie ist es nicht? Oh, der hat ein Visier, vorsichtig. Elefanten und Schweine sind ein bisschen was anderes. Nur ein bisschen. Oh, ach, dann von links. Der Doktor Tord. Der hat wirklich einen Erbnamen. Ne, Marv? Genau. Aber eigentlich ist es fast eine Ehre, weil es klingt wie Narv. Und Narv ist ja von The Pinky. Pinky, The Pinky, The Pinky, The Pinky. The Pinky, The Pinky, The Pinky, The Pinky, The Pinky. Wie sieht's aus, Mann? Oh, hallo. Ja, ich geh mal drauf, ne? Ich kann nicht, ich hab so ein Brett vor dem Club. Gut. Ich geh mal hier lang, hier war ich noch nicht. Leben die noch? Ja, so ein bisschen. Ja, sie leben noch. Weil der Gorilla hat aber ganz schön echt, äh... Raus! Ich hab gesagt, raus! Leben am Start. Die Stunde hat geschlafen. Na gut, den holen wir den. Du sollst sterben, du, hab ich doch gesagt. Geh doch. So, kommt ihr jetzt mal hier. Ich brauch mal ein bisschen jemanden zum Ulti machen. Komm draus, komm draus zum Spielen. Ich hab'n Genji gehört. Ja, dann Ulti den mal. Ich hab'n Scharfschützen gehört. Da kommen sie. Ne, mich machst du kaputt. Na dann? Ja, ich mach mal. Nein! Nein, diese blöde Wand! Blöde Wand! Hau ab! Raus! Affe! Geh weg! Geh zu! Geh! Danke. Oh Gott, ich hab'n 40 Leben. Ich geh mal kurz irgendwo hin. Ist schöner, ist okay. Jetzt hab' ich ne Glück gehabt. Kadaviarst ist aus der Luft geschossen. Hm. Hm. Oh, Killer. Naja, wenn die steht. Oh, Kacke. Ah ja, ich bin ja weg. Ja, ja, ich bin ja weg. Ja, ja, ja. Ja, das lass mich. Was machen die immer? Die setzt so ein bisschen Wahnsinn und dann sitzt du von der anderen Seite da. Hau ab! Ich bin ja weg. Ach, okay, okay. Ich möchte nicht sterben. Ich bin schon einmal gestorben, oder? Nee, noch nicht. Ah. Hab mich rechtzeitig kaputtgekriegt. Naja, gut. Ich war ja schon dreimal tot. Aber es wird echt besser. Also echt, je länger wir spielen. Ah, Mensch. Der Punkt gehört mir. Der Punkt gehört mir, wenn ihr wollt. Geht weg! Ihr macht's einem aber auch zu einfach. Yay, zu Null. Sumi! Gibt aber keinen Erfolg, hab ich auch schon. Okay, okay. Spaß. So, boben wir nochmal? Ja, komm, lass, jetzt können wir alle drei. Jetzt müssen wir irgendwie anders ein Foto machen. Aber das macht keiner. Haha. Ja, hier kommt F12 jetzt. Foto. Ja, auch mal ein Foto von dir. Ja, komm, lass, komm. Maeve, komm her. Ja. Hübschi, hübschi, hübschi. Ich kann F12 leider nicht drücken, weil sonst bricht mir eine Aufnahme ab. Ja. Nee, Druck. Ich drück, Druck. Okay. Nicht F12. Dann sag mal nicht F12. Hm? So. Wer hat das gesagt? Wer sagt was? Wer redet hier? Ähm, bitte? Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. Da hab ich wohl das Geschütz zerstört. Das tut mir ja gar nicht leid. Komm her. Komm her. So, bitteschön. Geschütz gleich weg, einfach. Schütz auch weg. Bin runtergeplumpst. Unser Punkt. Ja. Wo kommst du denn da drauf? Du stellst dir grad nur mit einem halben Fuß drauf, ey. Reicht doch. Hä? Ist das unverfügbar jetzt? Aber es muss eh nah draufstehen, damit die Zeit läuft, oder? Nee, nee. Jetzt läuft. Okay. Jetzt muss man nur noch töten. Und abhalten. Mit sowas nicht passiert, was da gerade passiert. Meine Hand sitzt gerade besonders locker. Meine Hand sitzt gerade besonders locker? Wie kann denn eine Hand locker sitzen? Ja, so das Handgelenk. So, weißt du das? Schnell am Abzug, oder so. Ja, so, hey. Ich kenn mich mit Händen nicht aus. Aber du hast doch welche. Nein, ich hab Pfoten. Nein. Ach, erzähl, aber kein. Wie kann man denn mit Pfoten spielen? Ja, das ist vielleicht, wenn ich so schlecht bin. Achso. Okay. Vielleicht der Sniper war ja, die richtig zählen kann, ohne Daumen, ja. Oh, komm. Ich hab ihn auch getroffen. Kommen da gerade viele? Da, wo kommen die eigentlich? Was ist denn da? Lass hat mich gerade eh umgehauen. Oh, jetzt ist mein Roboter kaputt. Ich schütze voraus. Ey, los, das müssen wir jetzt aber zu null gewinnen hier. Der Erf für Stürz. Ach, die Schütze. Nee, doch nicht. Die Schütze weg. Die sind drin, ne? Also, da ist ein Klingel. Auf den Punkt. War, war, war drin. Ah, Mist. 5 Prozent, 6. Ich bin drauf. Geh weg. Der ist mir voll reingerannt. Ey, du Affe, ey. Hau ab. Geh zu deiner Mutter, oder? Im Toh, oder? Ah. Ich brauch Heilung. Wieso ist hier eigentlich keine Heilung drin? Oh, mein Gott. Sieht echt immer raus. Auf, lauf, 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 keine Affe. Was? Haben wir zwei Affen? Nein, zwei Soldiers und zwei Affen, ja. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Sehr schön. Bonn? Ja, und zu Null. Komm wieder, hör mal. Warum sind wir denn so gut? Weil wir einfach so gut sind. Ja, weil wir einfach so gut sind. Wir haben mal Charaktere, die wir können. Schönes Liga auf uns im Moment. Und Räumen. Danke. Wollte sich das schwer. Kennt ihr noch Raving, Raving Ravits? Fantastisches Spiel. Ja, ne? Ich fand die Jumping Run-Spieler, die hier vorne. Das fand ich ja auch schon ganz gut. Ach, komm schon. Komm schon. Komm vorbei. Mei, mir trau dich. Ich bin doch ein lieber Kerl. Ich habe auch keine Hintergedanken dabei. Ja, Süßigkeiten dabei. Ich habe auch kein System, das man auch spüren kann. Und... Okay, das ist... Nein, 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 nein. Ach komm, trau dich doch. Ich habe schon wieder nicht zugehört. Worum geht es? Ach. Lenk mich ab. Um es vorbeikommen, um danach nochmal zu kommen. Ach so. Ja, das... Gibt es da eine Garantie drauf? Boah, der hat einen mächtigen Schlung. Das ist kein Problem. Der hat einen Namen. Der ist Long-Schlung. Ja, aber Long heißt ja nichts. Long heißt ja nichts über Qualität. Ne, aber... Ja, da fehlen die Ideen. Da fehlen die Aussagen. Katafi, ehrlich. Es kommt nicht auf die Größe des Hammers an. Ich versuche hier den Mädel aufzunehmen. Schmecken nicht vernehmlich. Ich fette sie total in den Rücken. Was ist denn da bei dir, Captain Trammer? Ja, ich unterstütze halt die Damenwelt. Was? Ja, aber Wingman und so. Hast du den Top Gun nicht? Du hast ja genügend Wingmans. Du brauchst du mich nicht. Weißt du was? Der Wingman bei Top Gun, der hat Tom Cruise auch nur den Stängel gehalten. Und vielleicht... Hast du dir mal überlegt, dass ich vielleicht mal Emys Wingman bin? Ja, dann... Ja, weiß ich nicht. Ja, dass ich sie halt vor... Vor schlechten Beschützer. Ich muss noch Partei ergreifen, dem Maeve, der hat... dem sein Ding ist mechisch lang. Aber nicht so ein Nervig. So dick wie ein Spargel. Das ist so ein Blümschleuch. Wieso sind die Blümschleuchte? Wieso sind die Blümschleuchte? Wieso sind die Blümschleuchte? Also kommt das Wort Spargelstechen eine ganz andere Bedeutung, oder was? Scheiße. Leute, das wird nicht besser. Nee, nee, es ist genug. Nee, so wird ja nie was. Marv, geh vor, du bist im Tank. Du willst doch hier hinten. Nee. Wir müssen doch... Die machen mein Geschütz kaputt. Warum? Die müssen doch eh kommen. Wir müssen doch hier rumschnaufen. Autsch. Lauf, 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 Kaninchen. Wingman? Großartig. Schicke 90. Nein! Schau mal, ich mach grad's was ein. Ihr wisst hier mal in andere Wingmans, ehrlich, ey. Und wenn ich dafür bezahlen muss. Nur geht das ja nicht. Ich weiß schon, warum ich so gerne hier bin. Hier bin ich ganz gut aufgehoben. Ist da auch ein Wingman? Ah, nee, wann, warum? Ja. Hüpf, spring! Wingman! Du hast gehüpft, hast du benutzt, sie. Scheiß, verrat mich. Dankeschön für die Heilung. Oh. Oh. Hoho. Rito, Makeout, machst du hin. So. Na! Bin ich alleine auf dem Punkt? Oh, danke, bin ich nicht. Hallo! Ich bin's nur alleine. Jetzt bin ich alleine. Und da bin ich tot. Nein, der Sinn ist an meiner Seite gewesen. Das war ja respektlos, ey, vom Gegner. Hat mich die Heilerin über den Haufen geschossen. Schlimmer geht's ja noch nicht mehr. Hallo, Drache. Auf Wiedersehen, Drache. Hat mich noch getroffen? Oh, die alte, dreckige... In der Base! Hat mir in den Rücken geschossen, ey. Was an Buster, ey. Ähm... Bitte, Omega? Hallo? Heiliger Scheitel. Heiliger Scheitel? Okay. Kommt keiner vorbei. Ach, sind auch manche Können. Okay. Ist okay. Ist ne Aussage. Oh, da oben steht ein Scharfschützer. Scharfschützer ist weg. Ah, klasse. Renio, wolltest du nicht Scharfschütze spielen? Er ist ja ein Scharfschützer, der muss nur seine Arbeit machen. Na hollala. Ist ja aber eine Sekunde nicht aufgekost. Ja, hier hinten ist doch eh viel schwerer. Klingt so ähnlich wie für Kelle. Das stimmt. So wie wir. Sag ich einfach mal, so wie wir. Die finden sich hier auch nicht auf der Kelle. Das Rad und hier gibt's noch ein bisschen Verteidigung. Obwohl, vorne haben sie's ja auch. Das ist egal. Komm hier einfach niemals durch. Die haben ein Scharfschützer, der ist mal nicht. Das ist nicht so schlimm. Wo ist ja nix von geworden. Das stimmt. Ja, aber das ist doch wirklich viel schwerer ein zu nehmen für die. Das ist ja auch. Die Lache ist, äh, sagt nichts Gutes. Gummihexe. Richtig, ey. Gummihexe ist wieder am Werk. Du heilige Scheiße. Farah geht nach rechts. Sie wollten nur gucken, wo ich bin. Achso. Äh, rechts. Rechts von uns aus. Das ist eure gerechte Strafe. Oh Gott, danke. Und tschüss. Und tschüss. Oben rennt jemand. Wunderbar. Ach, ich schick die jetzt. Pass auf. Ach, Quatsch. Ich bin ja auch doof, ne? Danke trotzdem. Gerade viel ist mir hinter dir. Ist da was? Ja, da ist die Russin. Weg, weg oben hat das Problem. Die Russin hat Schild an und hat sich geheilt. Dankeschön. Ich seh niemanden. Wo sind die denn hin? Ah, da oben ist der Scharfschützer. Auf dem... Die warten, dass wir Ultis haben, glaub ich. Okay, hallo. Rüstung. Kleiner Speckpanzer. Du musst dein Gestöpfer reparieren. Okay. Ich schaute dir deinen dicken Wachmaschinen. Ich schaute dir deinen dicken Wachmaschinen. Ich schaute dir deinen dicken Wachmaschinen. Ich schaute dir deinen Wachmaschinen. Auf Widow, 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 Mekar oder Hanso. Irgendwo rechts. Und denn? Ich schaute die Ulti. Wunderbar. 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 Ach scheiße, mein da. Ich nicht. Hier. Fress. 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 Das hätte von dir sein können. Das hätte von dir sein können.